Du? Mhm. Liebst du mich eigentlich? Ja. Warum? Weil du... du bist. Und warum noch? Weil du wunderschön bist. Und das heißt, wenn ich nicht wunderschön wäre, dann würdest du mich nicht lieben? Doch, weil du denn ja trotzdem noch du bist. Ja, aber du hast eben gesagt, du liebst mich, weil ich wunderschön wäre. Das heißt, wenn ich nicht wunderschön wäre, dann würdest du mich nicht lieben. Na gut, Schatz. Was wäre denn, wenn ich morgen einen schweren Verkehrsunfall hätte, mein Gesicht dadurch völlig entstellt wäre und mir beim Sprechen dann nur noch so die Sabre rausläuft? Würdest du mich dann immer noch lieben? Das ist doch eine blöde Frage, ja? Ja, klar. Okay. Liebst du mich? Ich mag deine Hände. Wirklich.